Junge, ich komm nämlich hier unten drunter raus. Ich muss irgendwo irgendwas aufmachen. Nein, du machst nix auf. Go away. Ich fühl's dir mit Bauschaum. Guck mal, hier sind noch Blöcke gewesen. Okay, ich muss jetzt jemand anders nach der Box mich sonst morgen. Hier oben ist übrigens Glas, das hat der Renner doch hingemacht. Verpisst euch doch alle einfach, Alter. Jetzt kommt er zu mir. Ach, ich mach jetzt erstmal was Produktives. Tu, Produktivität. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass meine Mob-Fahn wieder läuft. Ich brauch Kohle. Das ist nämlich der einzige Grund, warum meine Mob-Fahn mitläuft, wenn ich keine Kohle habe. Okay, ich bin noch zwei Minuten unsichtbar. Renner, ist irgendwo noch Kohle da? Oben in den Kisten, die sind alle voll. Du kannst ja auch einfach Kohle von mir snacken. Ne, dann sind wir wie gesagt. Ich hab 17.000. Ja, so viel hab ich nicht. Du kannst auch einfach ein Tesseract, äh, zwei Tesseracts bauen und dir dann einfach dauerhaft von mir absnacken. Das hat er mir auch schon ein paar Mal vorgeschlagen, aber bis jetzt war ich immer zu faul. Dann trau dich lieber. Ja. Ja. So. So. Du kriegst immer. Alter, warum sind hier überhaupt so viele alte? Keine Ahnung. Altenheim? Huuhu. Immer dieser Schnelldenker. Richtig nice. Okay, hier ist Futter drin. Den wär ich im Leben nicht, komm, Lukas. So geil. So. Ich brauch noch eh'n bisschen mehr Kohle. Boah, ey, dieser Sand. Ja, cool, jetzt hab ich auch noch... Ach, ich hab kein Bock mehr, Alter. Bin ich in Bausch haben gefallen? Nein. Ich hab auch nur meine Straße so leicht lediert. Dann zwei Schnitt. So. Ja, ich konnte mich irgendwie nicht motivieren, heute was Produktives zu machen. Ja, man merkt's. Alter, woher mein Nächstes? Meine Schweine grad so produktiv. Übertrieben. So, hier. Nein. Glas brennt nicht so gut. Jetzt kommen wieder Kühe. Kühe, Kühe, Kühe. Und tote Kühe. Ich dachte, der Grinder läuft. Hä? Der Grinder verbraucht Energie. Tötet aber die Kuh nicht, die da rumläuft. Falls jemand Leder braucht, die sind zwei, vier, sechs, acht Stacks und irgendeiner hat sich am Fleisch bedient. Naja. Ist nicht. Es ist nämlich verhältnismäßig wenig Fleisch drin im Vergleich zum Leder zum Beispiel. Äh, magst du tp mich mal bitte gleich zu dir warten? Äh, magst du dich mal nicht tp mich mal bitte? Willst du mich verarschen? Lappen. Selber Lappen. Ich bin eben unsichtbar. Ich seh meine Hand wieder. Dann würde ich mich aber auch gruseln. Fick dich. Ich bin viel zu schnell. Ist mir scheißegal, wo die jetzt einschlagen, ne? Boah, der René rastet aus. Ich schaff grad schon Vorsichtsmaßnahmen, also. Der Baum brennt eigentlich richtig gut. Fiff. Guck mal, der brennt auch gut, hör mal. Welcher? Der da. Ja, der doch jetzt auch. Aber man macht mehr Blöcke weg, als dass man es anzündet. Witzigerweise bleiben die Lianen hängen. Nö. René, der fackelt unseren Wald ab. Du fackelst seinen Wald ab. Ich? Ja. Ich hab genau einen Block angezündet. Guck mal, wie viele Bäume hier brennen. Ja, es brennen drei Bäume. Zwei hab ich angezündet. Du hast auch einen angezündet. Eigentlich hab ich nur angefangen zu trollen, weil mich das hier jetzt abfuckt. Weil ich hab hier nämlich eine ungerade Zahl und ich weiß nicht, wie ich das schön machen soll. Kannst du nicht. Wenn du ungerade gebaut hast, ist für nix Arsch. Das ist, glaub ich, genau das, was ich auch befürchte. Warte mal, du hast ungerade gebaut? Ja, Alter. Ne, das ist richtig. Ne. Du darfst nicht gerade bauen. Nein, du darfst nicht gerade bauen. Dann hab ich wahrscheinlich gerade gebaut. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, zwanzig ist gerade. Ja. Auf gerade bauen ist scheiße. Ja. Du kannst keine schönen Fenster machen und... Das Problem hände ich jetzt nicht. Ich hände das Problem, dass ich hier zwei Ecken hände, die vorher verdeckt waren, weil sie quasi hinter Dirt liegen. Die jetzt gern, ähm, naja, ausgestaltet werden. Ich weiß nur nicht, wie ich das machen soll. Muss ich mir irgendwas überlegen, was das richtig Strom hat. Einfach nee, Alter. Hier war so wie... Hier war garantiert einer und hat irgendwas gemacht. Wo denn? Ja, an der Query. Ich hatte drei Aquariums Accumulator, ja? Und da ist jetzt anstatt, da wo der eine vorher stand, ist jetzt Dirt, äh, ist jetzt Sand. Das hab ich doch hingemacht, damit das Wasser nicht mehr runter fließt. Ach so, okay, gut. Dann hab ich das gesagt. Nee, keine Ahnung, Junge. Die war auf jeden Fall kaputt, als ich kam. Ich bin als letztes gejoint. Und ich hab letztes Mal nix gemacht. Ja, ja. Keine Ahnung, Junge. Das Wahrscheinlichste ist das mit dem Namen, ey. Oh, fuck, Max. Hätte ich mir das doch mal können vorher überlegen, ey. Max? Ja. Ich hab gehört, du cheatest mir einen. Mein Haus brennt. Soße. Fuck, wie mach ich das da denn jetzt? Die Dirt zwei Wände kann ich so machen, wie sie vorher waren. Soll ich fragen, was das ist? Äh, ich brauch... Das ist der Aquumus Accumulator. Ach, Junge, ey! Der ist doch noch wirklich nicht schwer. Ich hab ihm auch ne Handsäge ge... äh, gecheatet. Nur mal so. Ach, na gut. Dann, hm. Hm. Ja, ich wusch das nicht, dass das ne Handsäge ist. Und dann kam ne Diamant-Handsäge dabei raus. Was brauchst du da dafür? Zwei Eisen, zwei Dier und drei Stücke Holz. Klasse. Ich hab kein Eisen und ich hab kein Dier. Deswegen mach ich schon drei Query jetzt. Da hab ich so viel... Dirty, 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 Dirty dann. Die einzige Option, die ich habe, ist... Ich setz hier oben jetzt was ganz anderes drauf. Lass doch fuck mich jetzt auch einfach zu brutal ab. So. Können wir das Trollbeil wieder begraben? Ich hab das nicht ausgepackt. Ja, deswegen, frag ich ja. Ja, da kommt ja was. Also, ne? Also nicht. Das war genau die Frage, die ich hatte. Ich muss jetzt erstmal den Laser hier wegwerfen. Das ist eh schon der zweite. Es ist eigentlich wirklich nid sonderlich ratsam zu machen, das was wir heute gemacht haben. Weil, äh, ich hab kein Backup von der Welt. Junge. Du meinst jetzt zu trollen und... Jaja, also wie gesagt, ich schätze nid können über ein Backup fahren können. Ich hab einfach keinen. Und ich arbeite an meinem Reaktor, ja? Das ist ein lindiger Quatsch. Ne, von Techit existiert sowieso noch keiner. Ich hab nur von Hexit welche. Ey, Max, TP dich mal zu mir. Warte, ich muss gerade noch die Wand hier wegmachen. Ne, ist aber wichtig, bitte. Mach mal. Ähm. Das doch klingt nur Troll. Nein. Komm mal. Es klingt nur Troll. Du stirbst nicht. Ich schwöre dir, du fängst keinen Schaden. Gib mal einen kurzen Moment, ja. Jetzt macht der Godmode an. Also mein Reaktor läuft. Lukas, was mit dir? Hä, hä, hä. Fresse jetzt. Hahaha. Soll ich dir mal einen richtigen Reaktor zeigen? Lukas? Ja. Gesterben. Du Pitsch. Cheat mir jetzt erstmal den Aquimus Akkumulator, bitte. Warte, ich cheate erst mit dem Aquimus Akkumulator. Ah, mich boxt ein Zombie. Fuck. So, ich rumpfeil im Kopf. 2, 2, 2, 1. Wie ist es das? Nein. Ich habe es gerade eben geschrieben. 2, 0, 0, 2, Doppelpunkt 8. Alter, man braucht den Doppelpunkt normalerweise nicht. Warte. Brauche ich mir das nochmal. Doppelpunkt 8. Nö, ist keine valide Zahl. Ich brauche vor allem den 8, ich brauche den Hexadezimalquote. 100 Portas Teil 2 IDs. Prozessor. Gib einfach den Befehl ohne die Zahl. Und dann müsstest du so ein Muster kriegen, wie du das richtig machst. Theoretisch. Er hat mir nur gesagt, 2200 Doppelpunkt 8 ist keine valide Zahl. Nee, auch nicht 2200. 2002. 2002, ja, sorry. Habe ich aber eingegeben. Und dann kam der, ich hatte ja, du hast ja was bekommen von mir. Nee, ich habe nichts bekommen. Der hat mir geschrieben, given machine.furnace.name.id 2002 mal 1 Tokamikaza. Vielleicht ist das auch kein Doppelpunkt, sondern ein Semikolon. Oh, jetzt habe ich ihn. Ey Junge, dann hast du ihn jetzt zweimal. Das ist natürlich schlimm. Nee, das ist ein Powered Furnace. Das ist, was ich sage. Die ID ist falsch. Ja, keine Ahnung. Aber auf der, aber beim Powered Furnace. Nicht meine ID raussuchen kann, na. Aber beim Powered Furnace steht 2002. Hast du wirklich Doppelpunkt 8 dahinter geschrieben? Nein, dann ist es keine valide Zahl. Ich rast aus. Ja, was ist das? Bitte, bitte. Oder du gehst einfach Game Mode 1, gibst unten ACC ein. Gib mir einen Moment. Ich komme gerade nicht aus der Quarry. Ich bin bei euch im Haus. Nee, ich bin bei dir an der Quarry, du Lappen. So. Komm schon. Yes. So, meine Night Vision spackt schon wieder. So, und jetzt muss ich... Was? Wie heißt das Teil? Muss einfach ACC ein. ACCUMULUS ACCUMULATOR. Oder so. Wo rennt sie denn gerade rum? Ah, ich kann. Sind nur 64 Stück davon. Ja, immer. Na gut. So viel brauchen wir bestimmt. Ich bin schon wieder gekickt worden. Oh, jetzt habe ich 8 Hörmer. Ich habe noch 44. Wie viele brauche ich gar nicht, aber... Ja, aber ich habe mir direkt einen Stack genommen. Aus Versehen. Sie sind direkt um deine Quarry in so einem Kreis verteilt. Und jetzt habe ich rüberfliege. Jetzt mache ich eine Quarry genau über Christophers Grundstück. Oh, das ist ja so mies. Das mache ich immer. Oh, ich glaube, der boxt dich. Ich würde das noch witzig finden, wenn du das bei mir machen würdest. Aber der boxt dich. Würdest du das witzig finden? Okay. Also über seine Hülse, nicht über unsere Fabrik, ne? Ja, ja, das ist schon klar. Ach so. Also an die Fabrik... Wenn du das an die Fabrik machst, erlebst du den morgigen Tag nicht. Warum? Oh, guck mal, der brennt immer noch auf. Ach, warum? Fragt er. Der brennt immer noch auf. Willst du das wissen? Oh, scheiß Zombie. Ach, du bist so low. Yo! Ich sehe dich. Der brennt immer noch, der Geile. Meine Night Vision sparkt. Eigentlich ist dein Haus ja ein riesiger Fail, ne? Ja, danke. Ich weiß. Was machst du mit der Picke? Ich? Also mein Haus ist wunderschön. Auch wenn es unfertig ist. Dein Tungstenhaus? Multhaus. Fühlt dich nicht angesprochen? Glaubst du, du kriegst mich? Ich glaube, ich muss einen Bereich inbauen, in dem man PvP aktivieren und dann bockst du immer. Ja, bitte. In so einer kleinen Arena, das gibt es auf jeden Fall. Dass man einfach sagt, keine Ahnung, von 0 auf 120, 120 ist... Oh, scheiße, mir fehlt schon wieder was. Mull, da ist doch schon Platz im Inventar. Ne, 0. Ich bin voll, ich bin voll, nicht voll. Ja, ich kann mal wieder nicht das, was ich brauche. Bitch, ich bin voll, ich bin voll. Überâu, ich bin voll, ich bin voll.